Herr, dein Name sei gelobt, ich danke dir für alles, was du tust, mein Herr, mein Gott. Danke für dein Wort, danke für alles, was du tust für uns. Du sprichst zu uns, du lehrst uns, du wandelst uns um, und du lässt uns nicht zurückkehren, wie wir gekommen sind, weil wir brauchen deine Gegenwart, Herr, denn in deiner Gegenwart sind wir verwandelt, in deiner Gegenwart werden wir geheilt, in deiner Gegenwart sind die Ketten des Unrechts gebrochen, in deiner Gegenwart wird die Kraft der Hexerei ausgelöscht, Herr, ich möchte, dass du alleine erhoben bist, deine Herrlichkeit, alle Herrlichkeit sei dir, Herr, und dein heiliger Name sei erhoben, im Namen Jesu Christi, im Namen Jesu Christi, Amen. Ich möchte euch etwas teilen, mit euch etwas teilen, und ich stelle mir Fragen, und ich sage, Herr, über was sollen wir denn sprechen? Ich möchte, dass wir unsere Bibel nehmen, Dann schlagen wir bitte auf. Wir nehmen 1. Johannes. Amen. 1. Johannes, chapitre 1. 1. Johannes, chapitre 1. Wir nehmen 1. Johannes, chapitre 1. Verset 3. Und wir schauen uns Vers 3 an. Amen. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Amen. Ich möchte zu euch über die Gemeinschaft sprechen. Wir sprechen oft von Gemeinschaft, Gemeinschaft, brüderliche Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Amen. Seid ihr traurig? Oder konzentriert? Attentif? Oder aufmerksam? Assoiffé? Habt ihr Durst? Alleluia! Wir sagen, kommen wir zurück zum Wort. J'entends souvent die Leute, die sagen, ich bin in der Botschaft. Quel Message? In welcher Botschaft denn? Letztes Mal habe ich mit einem Bruder gesprochen am Telefon. Und ich sagte, oft sagen Leute, ich bin auch bei der Botschaft mit dabei. Und der Herr hat mir ein Geistesblitz gegeben. Die Leute sagen, wir sind auch in der Botschaft. Aber gehören sie zu Gott? Oder sind sie mit Gott? Parce qu'on peut prendre la Bibel. Weil wenn wir in der Bibel lesen. On peut parler de ça. Und wir können über die Bibel sprechen. On peut prêcher. Wir können predigen. On peut sortir des Versets, comme on veut. Und Bibelferse geben. Mais est-ce qu'on est de Dieu? Aber sind wir von Gott? Parler, tout le monde peut le faire. Jeder kann reden. Ah, je vous dis, tout le monde peut se placer ici et parler. Jeder kann nach vorne kommen und irgendwas sagen. Mais, est-ce que tous sont avec Dieu? Aber gehören alle zu Gott? Il dit ici, je relien un peu le Verset 3. Im Vers 3, steht. Ce que nous avons vu, dis-je, et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Ce que nous avons vu, dis-je, et ce qu'il a entendu, est-ce qu'il a entendu, c'est de lui-même. Il parle en fait de son témoignage. Il parle de ce qu'il a vécu. Et il dit, ce que j'ai vécu, c'est ce que je vous l'annonce. 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 Alléluia. Amen. Ah, il est temps qu'on parle un peu du Dieu que nous même, que nous vivons. Si tu ne le vies pas, comment parleras-tu de lui? Si tu ne lui as jamais vraiment donné ton cœur. Tu ne l'as pas encore vraiment rencontré. Et tu ne l'as pas encore rencontré. Comment pourras-tu parler de lui? Wie willst-tu de lui-même, c'est ce que nous avons vu, dis-je, et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonce. Er dit, ce que nous avons vu, dis-je, et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonce. Er dit, ce que nous avons vu, dis-je, et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonce. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Alleluia! Man ne dort pas. Nicht schlafen. Wenn du meditieren möchtest, dann bitte mit offenen Augen. Amen. Weil du kannst meditieren und dann hört man dich plötzlich schnarchen. In einer Bibliothek war ich mal und dann habe ich ein bisschen nachgedacht. Und in einem gewissen Zeitpunkt hört man sich selbst plötzlich schnarchen. Und als ich das gehört habe, bin ich schnell aufgewacht. Dann habe ich gemerkt, dass alle mich anschauen. Oh, trop tard. Oh je, zu spät. Sie haben es schon gehört. Alleluia! Es ist um eure Aufmerksamkeit ein bisschen zu fesseln hier. Er spricht von der Gemeinschaft mit ihnen. Und von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Alleluia! Es gibt also Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit den Menschen. Amen! Aber was bedeutet das Terme Kommunion? Was heißt aber der Terminus Gemeinschaft? Kommunion? In Griechisch heißt Gemeinschaft Koinonos oder Koinono. Und das heißt? Was wir gemeinsam haben. Was wir gemeinsam haben. Die gemeinsamen Punkte, die man hat. Das, was wir miteinander teilen. Alleluia! Seid ihr müde? Habt ihr nicht geschlafen? Habt ihr Gebetsnacht gemacht oder was? Hör die Botschaft an. Hör die Botschaft an. Hör gut zu. Gemeinschaft mit Menschen und Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft bedeutet, was man gemeinsam hat. Was wir miteinander teilen. Wenn du und ich das selbe Zimmer teilen, haben wir Gemeinschaft. Alleluia! Ich meine nicht die Hostie, die Kommunion. Celui, wo man fromm nach vorne geht. On vient tout gentil. Sehr fromm. On sort la langue. Und die Zunge rausstreckt. On prend. Und dann die Hostie nimmt. On se dit, dass dieses Ding ist, das ist in mir purifier. Und dann denkt man sich, diese Hostie reinigt mich. Und wir haben es gegessen und sind nach wie vor Lügner. Voleur. Diebe. Impudik. Unzüchtige. Sorcier. Hexerei. Und ich erinnere mich, bei mir zu Hause, die größten Zauberer im Land nahmen immer am meisten diese Hostien. Und ich war schon verrückt. Ich wollte die Dinge wirklich näher kennenlernen. Ich war kein Katholik. Die Leute gingen da hin, um Mädchen anzumachen. und ich bin in die Katholische gegangen. Und ich habe zu den Leuten gesagt, diese Sache werde ich heute essen. Und mein Freund, der mit mir war, hat gesagt, nein, das darfst du nicht essen. Ich habe gesagt, Er hat gesagt, betest du überhaupt? Nein. Dann wirst du Unglück haben. Ich bin mir egal, ich möchte das heute auch essen. Und dann bin ich gegangen, wie alle. Ich bin wie die Heiligen gegangen und habe ich an der Schlange angestanden. und ich habe meine Freunde angeschaut und die haben bin nach vorne gegangen und dann habe ich so gemacht. Dann ist es reingekommen. Dann bin ich zurückgegangen. Dann habe ich mir gedacht, das schmeckt wie diese Chips von den Chinesen. Nein, 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 das habe ich dazu erfunden. Aber das ist in meinem Mund geschmolzen und als ich heimkomme und ihr kennt ja die afrikanischen Mamas und bin ich richtig versohlt worden und ich wurde wie einer betrachtet, der Unglück ins Haus bringt. meine Freunde sind weggelaufen sind zu meiner Mutter gelaufen. Dein Sohn ist verflucht. Er hat die Kommunion genommen. Es war ein Skandal. Es stimmt, mein Bauch ist größer geworden. Aber ich glaube nicht wegen der Hostie. Alleluia! Amen. Ich muss mich ein bisschen reweilen. Also, die Kommunion in der Bibel Koinonos bedeutet Koinonia. Koinonia. Das bedeutet, was wir gemeinsam haben. Also, Jean sagt hier im ersten Johannesbrief damit ihr Gemeinschaft habt und zwar die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, Jesus Christus und mit uns. Wenn wir also das Evangelium verkünden, verkünden wir die Wahrheit. und diese Leute empfangen das Evangelium und akzeptieren, dann entsteht Gemeinschaft, weil wir haben etwas gemein. damit unter uns Gemeinschaft sei, muss jede Person hier erstmal Gemeinschaft mit dem Vater haben. Um Gemeinschaft mit Jesus zu haben, musst du ihn erstmal annehmen. Du musst sein Wort annehmen und ihm gehorchen all denen, die ihn akzeptiert haben, all denen, die an seinen Namen geglaubt haben. Alleluia. Du akzeptest Jesus und du rentierst in diese Kommunion. Wenn du Jesus akzeptierst, dann gehst du in die Gemeinschaft mit ihm. Aber guck mal, was er jetzt sagt. Aber wir untersuchen, was er nachher noch sagt. Verset 6. Im Vers 6. D'abord, Verset 5, die dit, Und voici die Déclaration que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Im Vers 5 beginnen wir, Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. A savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dass Gott Licht ist und gar keine finsternis in ihm ist. Là, il commence maintenant a décrire un peu ce genre de communion. Er beschreibt hier ein bisschen diese Art von Gemeinschaft. Il dit, dans cette communion, il n'y a pas de ténèbres. In dieser Gemeinschaft gibt es keine finsternis. Alleluia. Verset 6. Im Vers 6. Il y a des conditions pour être dans cette communion. Il y a des conditions pour être dans cette communion. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben et que nous marchions dans les ténèbres et que nous marchions dans les ténèbres nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Et nous n'agissons pas selon la vérité. Ok. Il y a des moments où je me dis qu'il faut quand même faire un peu comme le brainstorming ou bien comme vous appelez un bilan ou sans propre vie. Il y a des moments où on se observe un peu et on beobachtet sich un petit peu selber. Il faut être vrai envers soi-même. Man muss schon ehrlich mit sich umgehen. Vous savez, si vous n'êtes pas vrai, vous ne pourrez jamais vous repentir. Wenn ihr nämlich nicht ehrlich seid, werdet ihr nicht plus se tun können. ça sert à rien de porter des masques et venir devant les frères et sœurs pour montrer quelque chose. Es bringt nichts une masque aufzusetzen et den Brûlern ou den Schwestern etwas zu beweisen. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est quand je viens ici pour parler de quelque chose. Vous ne pouvez pas vous dire vous ne pourrez vous dire «Seigneur » ça peut donner l'impression que moi je suis peut-être mieux que qui que ce soit ici. Ça peut donner l'impression que moi je suis peut-être mieux que qui que ce soit ici. Si ce homme pouvait connaître les bêtises dans lesquelles moi-même là je... Wenn die wissen würden welche dummheiten je fais si ils pouvaient connaître les faiblesses qui sont en moi wenn sie meine schwachheiten kennen würden je dis «Seigneur toi tu me connais » Je ne suis même pas mieux que qui que ce soit Je suis vraiment besoin de toi Je brauche dich wirklich Amen Si tu n'es pas vrai tu ne pourras jamais te repentir wirst-tu niemals Pusse tun können C'est quoi la Repentance C'est quoi la Repentance Combien de Chrétiens ici C'est quoi la Repentance Christen was est Pusse Je pose la question c'est quoi la Repentance Was est Pusse Niemand Niemand weiß Ah ok ce côté C'est quoi la Repentance La Repentance c'est le retour à Jésus Pusse c'est à Jésus zurück à Jésus et reconnaître sa mauvaise voie et retourner à Jésus c'est C'est Pusse ça veut dire change ton intérieur moi je donne au Seigneur toute l'amertume qui est au-dedans de moi quelqu'un d'autre c'est quoi la Repentance Wer weiß noch was Pusse est c'est quitter l'état des ténèbres et aller dans la lumière de Christ Amen C'est bedeutet die Finsternis zu verlassen und im Licht Jesu Christ zu wandeln Pusse heißt Änderung der Gesinnung Alléluia Amen Tout ce qu'on a écouté c'est bien Le terme Repentance dans la Bible In der Bible steht das Wort Pusse auf Griechisch Metanoia qui signifie Changement de Mentalité und das bedeutet die Gesinnung ändern Tu changs ta manière de voir les choses Du änderst die Art und Weise wie du Dinge siehst Dieu te présente la vérité Gott zeigt dir die Wahrheit Tu siehst die Wahrheit et tu te regardes du schaust dich selbst an cette vérité n'est pas en moi und diese Wahrheit passt nicht mit mir zusammen Je veux cette vérité Ich möchte diese Wahrheit J'abandonne ce que j'ai avec moi und ich verlasse was ich bei mir habe und ich gehe auf die Seite der Wahrheit Alléluia Und wenn ich auf der Seite der Wahrheit bin dann schaue ich wo ich war So habe ich mich benommen Habe ich wirklich so gehandelt Wirklich Etwas hat sich geändert Wir ändern die Gesinnung Wir ändern das Lager Alléluia Wenn wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus haben müssen wir erst mal das Lager wechseln Um das Lager zu wechseln musst du mit dir selber mal ehrlich sein Um das Lager zu wechseln sollen wir nicht links und rechts schauen sondern in sich und dann sagt man Herr hilf mir mich zu ändern man schreit um Hilfe zu dem dem es möglich ist uns zu ändern und ich signalisiere euch ein Mensch kann dich nicht ändern Alléluia Aber heutzutage treffen wir viele Menschen die mehr Gemeinschaft mit Menschen haben als Gemeinschaft mit dem Herrn Wem ist es möglich uns zu ändern wenn du keine Gemeinschaft mit Jesus hast um die Gemeinschaft mit Jesus zu haben musst du in der Wahrheit sein wenn du in der Lüge bist bist du in der Finsternis hier steht wenn wir sagen dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis lügen wir Alléluia Viele Leute gehen in die Hölle weil wir Masken tragen und wir tun als ob wir wollen nicht unsere Eltern verletzen unsere Freunde wir wollen lieber so wie sie sein anstatt das zu tun was Jesus gerne möchte anstatt das zu tun was im Wort Gottes steht wir schämen uns für Jesus wir wollen nicht wirklich zeigen dass wir Christen sind wir haben Angst vor den Blicken der Menschen wir möchten lieber Gemeinschaft mit dem Menschen anstatt Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben die Gemeinschaft mit Jesus Christus die Wahrheit die Wahrheit annehmen die Wahrheit muss uns ändern glaubt ihr dass es so einfach geht ich wiederhole wenn du nicht ehrlich bist wenn du nicht wahrhaftig bist und Gott nicht deine Wahrheit sagen will Gott nicht geben möchte ist was in dir passiert wirst du auch keine Buße tun können Stellt euch vor wenn diese Frau in ihrem Zustand gestorben wäre sie wurde als Schwester behandelt oder angesehen es gibt Leute die ein Doppelleben führen vor den Brüdern und Schwestern tragen sie eine Maske sch ich ich möchte spielen wie ich ein Gesalbter im Glauben bin ich bin ein Kind Gottes wenn du nicht ehrlich mit dir um gehst wenn du nicht ehrlich bist und nicht mit Gott sprichst über deine Dinge die dich stören alles was dich schwach macht wenn du nicht wirklich klar mit diesem Gott sprichst nicht um Hilfe schreist zu Gott in der Wahrheit wirst du nicht raus kommen wirst du weiter in dieser finsternis gehen wirst du weiter lügen stehlen unzucht betreiben masturbation begierden haben versteckte Dinge tun wo niemand dich sieht aber Gott sieht dich aber du tust alles damit du Gemeinschaft mit Menschen hast der Herr hat mir eine Sache hier gelehrt wenn wir sagen vers 6 dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der finsternis lügen wir und tun nicht die Wahrheit wenn wir im licht wandeln wie er im licht ist haben wir Gemeinschaft miteinander und das blut jesus seines sohnes reinigt uns von jeder sünde was ich hier gelernt habe wir können hier uns versammeln aber wenn Gott uns anschaut der Herr bewertet uns evaluer er bewertet die Gemeinschaft zwischen ihm und uns wenn er schaut dann sagt er wir haben keine Gemeinschaft sagst du du hast Gemeinschaft mit wir sagen wir haben Gemeinschaft mit Gott wir haben Gemeinschaft und Gott schaut keine Gemeinschaft das Lüge Teneb Finsternis Diebstahl Unreinheit diese Sache übersteigt mich wir wollen uns versammeln um zu Gemeinschaft zu haben aber die Gemeinschaft heißt wir sollen was gemeinsam haben ihr betet und betet im Namen Jesus denkt ihr sich Hände halten bedeutet Gemeinschaft Jesus schaut und sagt der ist schon mit mir aber der andere nicht die haben doch keine Gemeinschaft miteinander Du gehst heim und denkst heute haben wir gute Gemeinschaft gehabt Gott schaut Nein ich möchte zu euch über eine andere Art von Gemeinschaft sprechen ich möchte zu euch allen sprechen die Gemeinschaft beginnt mit Jesus die Gemeinschaft beginnt im Geheimen denn dort deckt man Sachen auf dort wird alles aufgedeckt die Gemeinschaft ist alleine mit Jesus wenn du mit Jesus keine Gemeinschaft hast wenn du keine eigene Zeit mit Jesus verbringst wirst du nicht weit gehen die Gemeinschaft ist im Gebet die Gemeinschaft ist im Studieren des Wortes Gottes wenn du keine Zeit dafür findest und wenn du das nicht tust kannst du deine Gemeinschaft vergessen tous die in den Himmel kommen alle die bei der Entrückung dabei sein werden sind Leute die wirklich Gemeinschaft mit Jesus haben Alleluia du kannst ein schönes Auto haben du kannst zwingen du kannst Geld geben du kannst Spenden geben wenn du keine Gemeinschaft mit Jesus hast wenn du keine Geheimnisse mit Jesus hast Lorsque vous priez was sagt Gott was sagt Jesus va ent in dein Zimmer und schließ die Tür dann gehst du ins Geheime wenn du kein Gebet Leben hast hast du ein Problem mit Gemeinschaft wenn du das Wort Gottes nicht studierst hast du ein Problem mit Gemeinschaft aber was sehen wir heute Leute die am Sonntag laufen um mit Brüdern und Schwestern Gemeinschaft zu haben ohne Geheimnisse mit dem Herrn zu haben ohne einen geheimen Ort mit dem Herrn zu haben ohne Zeit mit dem Herrn zu verbringen und deswegen sagt Johannes alles was wir gehört haben und was wir gesehen haben verkündigen wir auch euch was hat hat gesehen wo hat es gesehen wo hat es gehört face gegenüber gegenüber die Dinge die er erlebt hat mit diesem Herrn die er mit Gott hat Brüder und Schwestern die Leute suchen Gemeinschaft mit dem Menschen anstatt Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben die Leute suchen Pastoren um für sie zu beten anstatt Gemeinschaft mit Jesus zu suchen zurück zum Wort zurück zu Jesus nicht damit die Leute zu uns kommen nein sondern zu Jesus nur er kann retten weil du kannst dich mit mir versammeln oder ich kann mich mit dir versammeln aber in der fünstern ist trotzdem wenn der Herr nicht dir die Augen öffnet wirst es nicht wissen ah Jesus wisst ihr dass es auch Gemeinschaft mit den Dämonen gibt wenn ich über diese Sache nachdenke der Herr sagt in Johannes 14 verset 30 verset 30 der fürst dieser welt kommt und er sagt in mir hat er nichts Er weiß also nichts. Er kennt nichts in mir, was ihm erlaubt, Gemeinschaft mit mir zu haben. Ich habe nichts mit dem Feind gemein. Wir haben gehört, dass Gemeinschaft teilen heißt. Was miteinander teilen. Jesus sagt, er kommt. Der Feind kommt und in mir hat er nichts. Es bringt doch nichts, dass wir uns versammeln. Und unser Leben nicht geregelt haben mit dem Herrn. Ich möchte nicht jemanden retten. Ich kann nicht jemanden retten. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Mit Schwachenheiten. Und im Geheimen mit dem Herrn bringe ich ihm meine Schwachheiten. Dort, im Geheimen, sage ich, Herr, verzeih mir. Warum soll ich meine Maske aufsetzen vor Brüdern und Schwestern? Ein semblant de Joie. Und so tun als ob. Or intérieure, man sait, qu'on est faux. Aber innerlich bin ich falsch. Gott möchte die Qualität unserer Gemeinschaft mit ihm noch verändern. Jemand kann stundenlang beten, aber trotzdem keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn wir sagen, wir hätten Gemeinschaft mit ihm, aber wandeln in der Finsternis, so lügen wir. Wir denken, dass wenn wir genug Zeit im Gebet mit dem Herrn verbringen, dann haben wir auch Gemeinschaft mit ihm. Aber du kannst stundenlang beten und trotzdem falscher Christ sein. Und du bist es so. Wenn du anfängst zu beten, kann Gott dir den Finger drauf zeigen, du hast dem noch nicht vergeben. Alle Kinder Gottes kennen das. Du kommst, um zu beten und Gott sagt zu dir, erinnere dich, was du da getan hast. Erinnerst du dich, als du Lust hattest auf diese Frau oder auf diesen Mann? Brüder und Schwestern, wir kennen uns doch. Und du fängst an, diesen Gedanken wegzuschieben. Nein, ich möchte jetzt lieber für den Bruder beten, der dort ist. Ich möchte für die Gemeinde, die in Stuttgart beten. Herr! Und im gleichen Moment bringt dir der Herr diesen Gedanken. Mein Sohn. Meine Tochter. Erinnerst du dich, wie du Begierde hattest nach dieser Frau oder diesem Mann? Ich möchte jetzt für Stuttgart beten. Herr! Komm, hilf der Gemeinde in Stuttgart. Und das dritte Mal kommt dieser Gedanke zurück. Du te souviensst nicht von dem, was du da getan hast? Erinnerst du dich nicht an diesen Augenblick? Das ist die Gemeinschaft. Das ist das Geheimnis mit Gott. Wenn du dich vor dem Seigneur auf den Jungs des Jugements wenn du am Tag des Gerichts vor dem Herrn stehen wirst, dann kommst du und dann erinnert er dich an alle diese Dinge. Und er sagt zu dir, du Lügner, du Unzüchtiger, Herr, verzeih mir, die Wahrheit. Ich mag oft über Dinge predigen, die ich selbst erlebt habe. Und du betest, Herr, 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 und du schwitzt sogar. Nur weil du einer Person nicht vergeben möchtest. Und du betest und du denkst dir gleichzeitig, hey, Herr, weißt du nicht was der Typ mir getan hat? Er hat mich beleidigt. Er hat mir Namen gegeben. Du prie, du trieb, du trieb, du trieb, Herr, Herr Jesus Christus, und so weiter. Pendant que du prieb, du trieb, du trieb, du trieb, du trieb, rett er sich. Seien wir doch mal ehrlich mit uns. Was uns retten wird, ist die Wahrheit, die im Geheimen zwischen dir und Gott passiert. Diese Wahrheit, die im Geheimen geschieht, wenn wir die rausbringen, hat eine Kraft. Und dort ist auch die Befreiung. Die Leute stehen in Schlange, um Gebet zu bekommen, um Befreiung zu bekommen. Ich erinnere mich, wir waren in Brazzaville, im Kongo, auf Mission. Und die Leute standen Schlange für Gebet. Und ich war irgendwo in einer Ecke. Oh, William, prie für den Koupel. William, komm, bitte mal für dieses Paar. Ich sage, okay. sage ich, okay. Wir haben die Leute vor mir, um zu priehen. Und man hat mir Leute gebracht, für die sollte ich beten. Wir beginnen zu priehen. Und ich habe gebetet. Ich komme zu priehen, nicht mehr, ich werde mich aufhören. Ich habe gebetet, und dann habe ich aufgehört. Was ist eigentlich euer Problem? Wir haben die Tendenz so zu beten, aber ich habe gesagt, was ist euer Problem? Unser Problem ist, das ist die Frau meines Pastors. Wir wollen zusammen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Frau verlassen soll oder was soll ich denn tun? Ihr lacht. Es ist wie wenn ich von einem Berg runtergefallen wäre. Ich sage dir, Herr, danke. Wenn ich schon frühzeitig meine Hand aufgelegt hätte, Herr, segne sie. Kondue sie. Führe sie. Vervielfache sie. Stellt euch vor. Und ich habe aufgehört. Und ich habe gesagt, was? Du bist verheiratet. Ja. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Ja. Du bist die Frau vom Pastor? Ja. Vous soyez ensemble? Seid ihr zusammen? Ja. Vous voulez, dass ich etwas für Sie fasse? Was soll ich für euch tun? Ich habe gezittert. Ich habe gesagt, die Hölle ist unter euren Füßen. Wenn ihr so stark ist die Hölle. Stoppez-moi ça, vite. Hört sofort damit auf. Der Typ war ganz schön stark, dass er die Frau vom Pastor angenommen hat. Als sie gegangen sind, habe ich mir gedacht, wow. Stellt euch vor. Also imaginez, die Leute kommen, die stellen sich an und man betet für die. Moi, wo soll ich mich anstellen? Wo soll ich mich anstellen? Das ist, weil wir auch ein Geheimnis mit Gott haben müssen. Weil wir haben, man soll Gemeinschaft mit Gott haben, Geheimnis mit Gott. Der Schock. Dieser Schock. Stellt euch vor, wenn ich meine Hände auf diese Leute gelegt hätte. Multipli. Dann gibt es viele Kinder. Dann nehme ich Teil an der Sünde dieser Menschen. Und wie nennt man das? La communion. Das nennt man Gemeinschaft. Wenn man sagt, du sollst keine Gemeinschaft mit den Dämonen haben. Und ich nehme aber Teil an ihren Dummheiten. Dann habe ich was mit ihnen gemein. Ich möchte nicht weiter in die Tiefe gehen. Die Botschaft, die mir der Herr heute gegeben hat, meine Brüder und Schwestern, wenn wir wirklich große Dinge in unserem Leben erleben wollen, beginnen wir, ehrlich mit Gott zu sein. Und nicht Menschen aufzusuchen. Sondern Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Weil Jesus Christus ist uns genug. Was können wir noch mehr haben? Was können wir mehr haben? Geld. oder Häuser? Oder Häuser? Alle diese Dinge bleiben auf der Erde. Es gab Probleme am Moment, wenn wir in einer Assemblée in einer Gemeinde gab es Probleme. Eine Schwester hat zu mir gesagt, was soll ich tun? Ich habe zu ihr gesagt, geh zu Gott. Ich bin so allein, was soll ich denn tun? Die Gemeinde ist kaputt. Ich will faire comment? Was soll ich tun? Geh zu Jesus. Commence da-bas. Fang dort doch mal an. Ich sage euch mal was. Wir sind nicht hier, um Leute zu rekrutieren oder einzustellen. Wir vertreiben sogar die Leute. Wir sagen zu den Leuten, geh zu Jesus. Wenn wir etwas organisieren, sagen wir, geh zu Jesus. Und diese Wahrheit, möchten die Leute nicht. Wir möchten nicht euer Geld. Wir möchten nicht, dass ihr uns beklatscht. Sondern wir wollen euch lieber vertreiben. Geh zu Jesus. Weil wir müssen auch zu Jesus laufen. Wir laufen auch. Die Gemeinschaft beginnt erst mal mit Jesus Christus. Die Gemeinschaft beginnt mit Jesus Christus, wenn wir ehrlich sind. Wir haben auch gesagt, um Gemeinschaft zu haben, müssen wir beten, müssen wir das Wort Gottes lesen. Das stimmt schon. Aber du kannst auch all das tun und immer noch in der Finsternis sein. Pratikant la Sorcellerie. Und Hexerei betreiben. Und in der Nacht rauszugehen. Und in der Unreidheit zu leben. In der Begierde zu leben. Wir sollen ehrlich sein. Wir sollen anfangen, ehrlich zu sein. Denn der Herr kommt bald. Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Der Terme confessiert. Das ist der selbe Terminus, den wir in der Biologie für die Chromosomen benutzen. Zellteilung. Wenn ihr euch wenn ihr euch ähnelt, das bedeutet, du bist einverstanden. Wir sind eins. Ja, Herr, ich bin mit dir einverstanden, dass das eine Sünde ist. Das bedeutet auch, Sünde bekennen. Aber wenn du nicht ehrlich bist, wenn du nicht ehrlich bist, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist, Der Herr möchte, dass ich auf diesem Wort beruhe. Parce qu'on peut prier, 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 prier. On n'est pas vrai. Weil ihr könnt beten, beten und beten, aber nicht ehrlich sein. Pardonne, du refuses de pardonner parce que du willst nicht être vrai. Verzeih, aber du möchtest nicht vergeben. Seigneur, Herr, ich te remercie, mein Gott, mein Herr, für diese Sünde. Du bist treu und gerecht, um zu uns zu vergeben und uns zu reinigen von jeder Art von Ungerechtigkeit. Seigneur, ich prie, du tout mon cœur. ich bete mit ganzem Herzen, Herr, sei gnädig. All diesen Leuten gnädig. Fait-nous tous grâce, uns allen, damit wir ehrlich sein. Aide-nous à sortir des Ténèbres. Hilf uns, von der Finsternis rauszukommen. Abandonner le mensonge und die Lüge abzulegen. Aide-nous à laisser la faussité. Hilf uns, dass wir die Falschheit loslassen. Seigneur, nous voulons te plaire. Herr, wir wollen dir gefallen. Et non plaire aux hommes, nicht den Menschen. Aide-nous hilf uns, Nein zu sagen. Aide-nous à dire oui, lorsque c'est oui. und ja zu sagen, wenn es ein Ja ist, und Nein zu sagen, wenn es ein Nein ist. Denn es ist deine Wahrheit, die uns freisetzt. Seigneur, je prie pour mes Frères et Sœurs, qui sont ici. Ich bete für die Brüder und Schwestern, die hier sind. Que tu te manifestes dans leur vie. Dass tu dich in ihrem Leben zeigst. Que ta Présence les accompagne. Und deine Gegenwart mit ihnen sei. Seigneur, dans ta Présence, Herr, in deiner Gegenwart, il y a la Delivrance. Es auch die Befreiung. In deiner Gegenwart, mein König und mein Gott, les chaînes du Pêché tombent. In deiner Gegenwart fallen die Ketten und die Gefängnisse öffnen sich. In deiner Gegenwart, mein König und mein Gott, werden die Werke mit der Hexerei zerbrochen, zerstört. Und in deiner Gegenwart, Jesus Christus, werden wir verwandelt und geheilt. Seigneur, faire-nous Grâce de ta Présence. Herr, schenke uns Gnade mit deiner Gegenwart. Je te supplie, Yahweh, ich bitte dich, Yahweh, faire-nous Grâce de cette Présence, mon Dieu. Gib uns Gnade mit deiner Gegenwart, Herr. In deiner Présence, on arrive à se sanctifier. Mit deiner Gegenwart können wir uns heiligen. in deiner Gegenwart haben wir die Kraft für die Unreinheit. In deiner Gegenwart haben wir die Kraft gegen die Begierde der Augen. In deiner Gegenwart, wir wollen nur noch dich. Oh, Jésus, Je te supplie, Yahweh, bitte, Yahweh, wir wollen Erweckung in Deutschland erleben. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre dans ce pays. Herr, wir wollen dich am Werk sehen in diesem Land. Alors agi à travers nous, mon Dieu, mon Dieu. Handle durch uns, Herr. Nous voici, Papa. Wir sind vor dir. In deiner Gegenwart, nous avons la force pour obéir, wo wir die Kraft erhalten, dir gehorsam zu sein. In deiner Gegenwart, mein König und Gott, nous avons la force contre la chair. Haben wir die Kraft gegen das Fleisch et des désirs de la chair. Und die Lüste des Fleisches. Père, 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 je te supplie, Yahweh, fais-nous grâce de ta Présence. Je te supplie, Yahweh, entre dans nos Maisons, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Et que ta Présence manifeste, mon Dieu, mon Dieu. Nous prions que ta Présence vienne. Seigneur, tu as dit que lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, mon Dieu, mon Dieu, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mon Dieu, mon Dieu. Dein Wille soll geschehen in den Himmeln und auf der Erde. Das ist heute unser Gebet. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans notre vie de tous les jours. Dein Reich komme in das Leben, in das tägliche Leben hinein. Que ton règne vienne dans notre secret, Yahweh. Dein Reich komme in unsere Geheimnisse. Que ton règne vienne dans ma vie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, komme in mein Leben, comme Herr. Brise les liens de la sorcellerie, brise die ketten de Hexerei, brise les chaînes de l'ennemi, brise die ketten des feindes, brise les chaînes de la sirène des eaux, brise die ketten der Meerjungfrau, brise les liens de l'ennemi en nous, die ketten des feindes in uns. Que ton règne vienne, dein Reich komme, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Yahweh. Que ton règne vienne, ton règne vienne. Alléluia.